Naja, man kann damit arbeiten. Finger ist auch schon wieder ein bisschen... Ja, da ist irgendwie einer, einer, ein Zwerber in der Region drin scheinbar, der ein bisschen einen Mental Breakdown hat. Okay. Da sind zwei Spawns aufeinander getroffen. Oh, nee, nee. Ich hab das Gefühl, das sind keine guten Leute, if you know what I mean. Also entweder sind es die Goons, die gerade auf mich geschossen haben vom Turm. Oh, 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 oh. Es sind die Goons. Das klingt wie Goons, ja. Keine Ausdauer. Same. Hör auf! Wir wollen dich nicht! Lass uns in Ruhe! Ah, überhaupt nicht übertrieben, die KI. Überhaupt nicht übertrieben, die KI. Nein, 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 nein. Was mich wundert, ist die SVD, die Lotto jetzt gerade oder dieser... Hört sich an wie der SVD ist, aber keine SVD ist, seine SR25 oder sowas, oder seine Ersers. Ah, okay. Hört sich auf Entfernung genauso an. Okay. Hör, das ist mal den Schreck-Ibu reingedrückt, ey. Wenn die jetzt ganz kierig sind und wir die einzigen waren, die sie gesehen haben, laufen die uns hinterher. Dann suchen wir unser Schlachtfeld aus. Und da frägt man sich, was willst du dagegen machen als neuer Spieler, wenn halt irgendwas KI-mäßiges halt 800 Meter auf dich schießt, ohne dass du was dran ändern könntest. Das stimmt. Auf jeden Fall sind auch die beiden Topspawns aufeinander gestoßen hier, oder jemand auf Sanitar gestoßen. Haben wir beides da? Das wär möglich. Ich hab ne laute Hunter gehört gehabt halt und die AK. Kann sein, dass beides da ist. Aber wenn das so ist, nämlich beides, die Guns und Sanita. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Wird du zu ADM noch reingehen? Oh, da sind zwei Spieler hinten reingelaufen. Drei Spieler. Japp. Das ist... Verkackt leider. Das Spiel hatte keine Ahnung. Okay, ich weiß nicht, ob das... Oh, ja, ist ja gut, du bist es Sanita, ich hab's verstanden. Meine Fresse. Ah, ich bin da und hinter uns kommt Spieler, hinter uns, ich bin da und der war 1,5 Meter neben mir. Nix gehört vorher. Wo warst du denn? Ja, da wo du hinkuckst, genau da wo du hinkuckst. Genau dem Bereich. Wo ist es? Ja. Ein vernünftiger Name oder weniger? Wenn das Gold farmt auch, sagt er nix, Schreiner. Jetzt auch nix mehr. Ich hab ihn gesehen, aber... Der Boss fickt mich. Der Spieler fickt mich. Wird von allen... Woaa! Oh! sind zwei leute sogar hinter mir gewesen noch war nicht nur noch einer so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hier ist es auch nicht Das war nicht die Asswall von draußen Das heißt, da draußen ist noch jemand Oh mein Gott, hallo Spiel Gott Ich frage mich halt, wer den Typen da gekillt hat In der HK habe ich richtig gelesen gehabt, ne? Mit einer AUG Mit einer AUG A3 Wurde der gekillt Wurde der Kuss 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 Mit was denn? Mit PS? Bro Holy shit Ja, ich auch Oh ja, ich Ich fühle mich nicht so gut. Ich fühle mich nicht so gut. Wie der mich einfach... Was für ein Aim-Punch dieser Bot mir gerade gegeben hat, ist einfach nur insane. Oh, fuck. Läu. Das 61er muss reichen. Einer, das geht aufs Dach. Läu. Läu. Wenn ich jetzt in dem Fensterscheibe-Ding vorbeilaufe, werde ich erschossen von dem Typen, der da sitzt. Ich muss warten, bis der eine jetzt hier vorkommt. Was hast du im Kino gekillt? Oh, du hast recht, Kev. Was hast du ja, Brudi? Was hast du ja? Was ist das? Was ist das? Ist das denn, du wütend? Was ist das? Das, der schlap! Das ist das, was du! ich bereite mich jetzt hier auf den letzten fight vor muss auf jeden Fall gleich den typen mit der HK hier vorne looten weil der hat Munition für mich vielleicht sogar Granaten naja das will ich noch nicht machen natürlich drehst du deinen Kopf genau dann weg okay das war ein Guard ich würde sagen das war ein Guard das war auch der der mich so runtergebumst hat der wird BP geladen der hat mich nicht mit BP also ist immer noch der Fall dass Bosse immer noch Double Damage machen ist das richtig 4 Header ich meine der hat einen Level 3er Helm auf ne was hast du erwartet ach ja warte einen Schuss hast du erwartet ne ja ich auch also ich mach mal kurz einen Snap Check naja sieht gut aus drück mal den Ledexe raus dann gehe ich Sanitar looten kein Belohnungsledexe drin absoluter Scam ich kann mir vorstellen dass der Kollege hier draußen äh den einen Guard erschossen hat der gönnt halt wieder nicht ne ja 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 danke für gar nichts das heißt kein Guard das ist ein Normies Geff I think ja naja ja ich weiß da draußen liegt auch einer aber ich hab die Leute noch draußen im äh im Hinterkopf weißt du ich möchte nicht unbedingt von denen ne Kugel hinter Kopf deswegen versuche ich die Boys da draußen die den Herrn King erschossen haben mich zu vergessen das ist die Auge ok wir haben die Auge gefunden das war der Typ der hat noch mehr Munition für uns im Übrigen will ich die Vierer hier anziehen oder ist schon ziemlich frech dass hier keiner irgendwie von denen ne gescheite Amor anhat ne aber besser die als sechs Punkte also so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Fuel Delivery hat er. Fuel nehme ich immer gerne. Danke, Mann. Aber meinen Dock-Take nehme ich auch noch sehr gerne, bitte. Danke schön. Ein Killer von King zu looten? Den habe ich nicht mal getötet. Den habe ich doch gar nichts zu tun. Der ist ja nie vorgekommen. Der war ja die ganze Zeit draußen. Was mit dem Dude auf der Treppe? Was für ein Dude auf der Treppe? Dude auf der Treppe? Ja, den habe ich doch einen gesagt. Der hat doch auch eine Scheiße dabei gehabt. Du passt schon. Leute, was soll ich denn noch einen packen? Ich bin voll. Ich habe es dann Dock-Take. Das reicht. Ja, keine Ahnung. Hier war auf einmal die Hölle los. Du hast es ja gesehen. Ja. Ich habe das Gefühl, der Typ hinten ist entweder auch von Sanitar erschossen worden, weil er noch einige aus den Bäumen rausgeschossen haben und als er da rüber geschossen hat komplett. Kann sein, dass der RIP ist. Das ist gut. Das war aber schon wild. Das war auch nicht wild. Einfach von allen Seiten auf einmal. Ja. Ich bin einfach zu spät gehört. Ja. Ja, ich muss halt vor allem, ich muss halt irgendwie erst eine Minute oder sowas davor an dem vorbeigegangen sein. Und dann wird er mich gehört haben, hat wohl gedacht, du wärst ich. Wer wills. Knapp vor Disconnect. Ich glaube, da hast du nicht ganz aufgepasst, Payload Viking. Weil die haben nämlich dank tollen anderen Streamern, die rumgeweint haben, weil sie nicht mit ihren amerikanischen Freunden zusammenspielen können, weil man jetzt der Server ausgewählt hat, die quasi über einen 140er, 50er Ping gehen. Wurde rumgemeckert und rumgeweint. Und jetzt ist die Pinggrenze 180, 190, glaube ich. Aber 190 sind es. Von daher. Ist cool. Ja, dann danke dir für die Runden. Und ich würde sagen, viel Spaß noch bei was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ich hab zu danken. Dankeschön. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, bis dann. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.